Da habe ich kurz mal nicht nachgedacht. Zack, glücklich. Ach echt? Ja, das ist so einfach. Und ich habe wochenlang an diesem fünfstündigen Vortrag gearbeitet, damit ich den Leuten erklären kann, wie sie glücklich werden. Was mache ich denn jetzt damit? Kürzen? Ach so, ja, das könnte gehen. Aber deine Songs, die würde ich alle drin lassen. Ja, okay. Zum Beispiel den. Nur du kennst deinen Weg. Je eher du ihn gehst, wirst du verstehen und frei sein. Verstehen und frei sein. Nur du kennst deinen Weg. Je eher du ihn gehst, wirst du verstehen und frei sein. Verstehen und frei sein. Ja, der ist gut. Der ist gut. Den lassen wir auf jeden Fall drin. Und mit dem, den würde ich auch drin lassen. Der letzte neues Vorsatz steht in der Ecke, er setzt schon Spinnenweben an. Im Aschenbecher klingt die letzte Zigarette, an der Wand hängt dein Fitnessprogramm. Dein Abendkleid in Größe 34 hängt in deinem Schrank. Und bald passst du doch rein. Und wenn nicht, dann ziehst du den Bauch einfach ein. Wenn du was ändern willst, musst du deinem Leben nichts. Der ist auch gut. Der ist auch gut. Ja. Dann lassen wir den auch drin und spielen mal den. Glaub an dich, nimm dein Leben in die Hand. Glaub an dich und pack mit Mut die Träume an, die du als Kind so aufgeträumt hast. Und sie sind noch nicht verloren. Glaub an dich, fünde dein Feuer wieder an. Glaub an dich, glaub an dich, glaub an dich, glaube daran, dass alles möglich ist, was du dir vorstellen kannst. Und hört immer auf das, was euer Herz euch sagt. Und hört immer auf das, was euer Herz euch sagt. Glaub an dich, 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 glaube daran, dass alles möglich ist, was du dir vorstellen kannst. Was du dir vorstellen kannst, glaub an dich. Glaub an dich, glaub an dich, glaub an dich, glaub an dich, glaub an dich. Vielen Dank.